Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie. Heute ist der 19. Februar am Abend und wie ihr seht geht die Kurve wieder steil bergab. Also da sind anscheinend jetzt wieder einige Trades erfolgreich abgeschlossen worden und ich zeige euch jetzt auch relativ schnell schon das 50 Euro bzw. das 100 Dollar Konto, von denen 50 Dollar im Trading sind. Sorum ist richtig finanziell erklärt. Einen Moment bitte. So, da seht ihr es und ihr seht in dem sind es also 28 Prozent, weil es ja immer 2-3 Prozent höher ist als das andere aufgrund des initialen Umtausches der Tron in US-Dollar oder Bitcoin oder Ethereum. Aber egal ob es diese 28 Prozent sind oder die von eben, es ist einfach phänomenal, es geht wieder steil nach oben. So, heute gab es die Premiere von dem Webinar, was in den nächsten Tagen in allen möglichen Sprachen geführt wird und zwar die Englisch-Premiere. Und ich kann euch nur sagen, ihr wollt die deutsche Übersetzung am kommenden Dienstag nicht verpassen, Leute. Für die, die es von der Uhrzeit her nicht schaffen, sobald die Aufzeichnung da ist, nehme ich die natürlich in meinen Kanal. Aber ganz ehrlich, ihr wollt diese Aufzeichnung nicht verpassen, die ist gigantisch und ich werde auch nach diesem Video jetzt schon die englische Version in meinen Kanal reinnehmen. Für diejenigen, die es sich gleich auf Englisch anhören wollen. Die Dr. Anna erzählt von der Entwicklung, also von der Weiterentwicklung der KI, was sie schon machen. Sie geht ins Live-Trading rein, sie zeigt uns das Konto von uns, im Prinzip unser Fund-Konto bei Binance, erklärt wie, wo, was, geht in einzelne Live-Trades rein und erklärt da Sachen. Also das ist wirklich, das ist A, super interessant und B, sehen wir auch wirklich, wo das Geld ist und dass das da also funktioniert. Und sie erklärt eben auch von der KI, wie viele verschiedene Algorithmen und Strategien da sind und so. Und ihr könnt das alles live sehen. Also wirklich, wer am Dienstag die Zeit hat, nimmt sie sich bitte gerne und schaut sich direkt live das Webinar an. Aber wie gesagt, sobald die Aufzeichnung verfügbar ist, die mit der deutschen Übersetzung, bekommt ihr die sofort hier in meinem Kanal. Also, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Der Trend geht weiter nach oben. Genießt das Bild und genießt euer Wochenende. Bis bald und wenn es euch gefällt, kommt zu uns in die Gruppe und kommt in unser internationales Team. Bis dann. Tschüss.